so wie man sehen kann ich sitze im auto bin ein bisschen gefahren heute treffe ich mich mit tobias und wir machen die trails in koslar unsicher da bin ich schon echt gespannt corona sei dank bin ich schon lange keine trails mehr gefahren die ich nicht kannte und als kleiner bonus heute kommt auch noch ein hund mit ein trail dog das wird auf jeden fall cool schaut es euch an so Ah, ganz schön rutschig hier. Jetzt steh ich hier. Ja, ganz schön rutsch. Geile Aussicht. Das ist rutschiger als ich dachte. Ich dachte man kommt ein bisschen Speed drauf. Ich hatte irgendein Video gesehen wo da einer so gesprungen ist. Das kommt unten. Das ist alles unten. Wir stehen da hinten bei dem Hotel. Und die sind alle da unten bei dem Trail. Das sind die technischen. Nach hinten. Hinter sie. Hinter sie. Das ist alles unten. Das ist alles unten. rüber nach hinten sorry ist ok super hier links oder wie? ok hier kommt man hin hier kommt man hin da riechst du? das vordere da riechst du? keine ahnung da riechst du nochmal da riechst du? da riechst du? da riechst du? komm nicht runter ah cool nach hinten rechts oder links? wo lang? rechts, hier ist mir das heutige Teil ok aber hier sind alle schräg geworfen, weil die Kabinen nicht mehr hat Pedal nicht ich glaube jetzt hier links oder rechts runter ja, hab ich das, wenn man überlegt du musst, wenn ich schon lang fahren soll ich fahm echt oh, der war rutschig ja, der war zu schnell oh, das war interessant naja, passiert ja das ist jetzt schön hier, so links abschüssig mit wurzeln noch ach naja, mein gott dann schiebst du halt, ist auch nicht schlimm wir gewinnen auch hier nichts ne, gerade wenn man jetzt hier verunsichert ist doch mal ein Hubschgedankheit dein Hund legt mir hier einen Ast in den Weg so, ich komme auch nicht schlecht jetzt bin ich auch raus erstmal wieder reinkommen so, hopp ja, das geht scheiße, falsche Gang drin ja, das klappt ein bisschen aber sowas fahre ich ehrlich gesagt lieber, als wenn ich in Schulenberg so über die richtig krassen wurzeln muss da scheiß mir in die Hosen der Sturm ich bin nicht ich bin nicht die die Ah, das ist schon geil Letztes Mal. Wetter wird immer schlimmer geht nicht war die Zeit? ja ab gehts juhu juhu coole Sache schön geil juhu wussler juhu juhu ein wissler ja, cool ja, habts gesehen wieder ein schreckmoment ein Stuhl ein Stuhl so, das war's für heute endlich mal wieder ein Trail-Video auch Trails, die ich eben nicht kannte das ist ein besonderes Highlight für mich gewesen und ich hoffe, ich kann das in nächster Zeit ein bisschen öfter machen wenn euch meine Videos gefallen dann kommentieren, abonnieren und dann sehen wir uns bald wieder bis dahin bis dahin